Ja! Moin! Und willkommen zu einem weiteren Part von Rocket League für die Switch Online. Wir sind wieder mal in einem wunderschönen 3 gegen 3 Raum und das Ganze mit Rumble. Obwohl ich eigentlich, ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eigentlich was anderes eingestellt und zwar... Und zwar habe ich eigentlich gesagt, Jungs, ich will ein 4 gegen 4 Raum mit Rumble und das hier ist 3 gegen 3. So, das geht nicht. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt aber ganz kurz zusammenreißen, bevor der Ball nämlich gleich... Nein! Wir haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, den Ball zurückzuhauen. Ob das mein Verdienst war? Ja! Verdammt nochmal! Ding, Ding, Ding! Ja! Ibeam ist gewesen! Es sind da immer die behindertsten Tore, die von mir kommen. Ach Gott, ey! Ja, das hat er davon, dass er mich zerstört hat. Wieso? Aber ich habe auch das Gefühl, der Raum läuft hier gerade irgendwie laggy. So, der Ball wird berührt. Oh Scheiße, das war eine extreme Steifvorlage für den Gegner. Ja, ja, ja. Fuck it. Das war schon mal sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das wäre auch zu lustig gewesen, wenn der jetzt reingegangen wäre. Ha! 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 Ja, geil, Brunes! Nice! Der Raum läuft irgendwie nicht so flüssig, wie er sollte. Kann das? So, der Ball wird von einigen... Oder einige fahren quasi den Ball an. Aber die Berührung kommt schon viel früher zustande. Wisst ihr, was ich meine? Es ist... Es ist komisch irgendwie. Nein! Houston, wir haben eins Problem. Ja. So, jetzt haben mir einige erklärt, ähm, was ich im letzten Part als falsch betrachtet habe. Und zwar haben einige, ähm, in den Kommentaren geschrieben, Hey Kai, du hast etwas als falsch aufgefasst. Und zwar, äh, als die gegnerischen Mates jedes Mal geschrieben haben, Ja, äh, schießt du zuerst, meinten sie damit den Anstoß. Und nicht, äh, den demütigenden Punkt, den ich halt meinte. Dass sie damit halt einen demütigen Waffen wegen so, schießt du zuerst, so. Obwohl sie, ja, das Tor gemacht haben oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, hab ich falsch verstanden. War das intelligent? Ich bin mir nicht sicher, aber ich wollte das nächste Item haben. Ich find's auch schade, dass man das Item nicht rerollen kann, dass du quasi... Nein. So wack, Alter. Dass du das Item nicht wegschmeißen kannst und weitere 10 Sekunden wartest, weil du es nicht benutzen willst. Das ist grad bei den Teleports so ne Sache bei mir. Da hab ich eigentlich nicht so die Böcke drauf, den Teleport zu benutzen. So, wir warten mal, was meine Mates machen. Ja, fangs. HD. Boots. Oh nein. Nein! Oh Gott! Oh, was macht der Typ denn da? Los, Bruders! Ja! Okay. Nee! Nein! Och, komm schon. Ja. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ich hab nicht die kompetentesten Teammates und... vor allem... keiner von denen ist auf der Switch. Ich bin der Einzige, der auf das... Alter, was hab ich denn für Teammates, bitte? Ich bin der Einzige, der auf der Switch irgendwie aktiv ist. Hammerhart. Hä? Nein! Es wär fast ins Tor gegangen. Äh, ins Tor gegangen. Dumme Scheiße hier. Nein! Ja, okay, ey. Das, das, äh, geht auf meine Kappe. Ich hab den Ball, sagen wir mal, ganz gediegen verpasst. Genauso wie jetzt gerade auch. Da einige sagen auch zu mir, Kai, mach doch mal so langsam, ähm... Ach, scheiß doch drauf. Einige sagen zu mir, mach doch hier, ähm... gewertete... Runden. Aber ne, dazu bin ich noch nicht gut genug. Dazu hab ich jetzt nicht den, den Drang. Dazu bin ich nicht gut genug. Für also gewertete Fights... Ne, danke. Kann ich nicht. Hm. Ah! Ja! Muss ja auch manchmal sein, ne? Wie sieht's aus? Ähm... Kann man dem jetzt hinterher? Nö. Die haben gar nichts gecheckt. Die hätten nicht porten können. Das wäre tödlich gewesen für mich. So, komm, jetzt nochmal so ein Tor und wir sind wieder auf dem gleichen Stand. Jein! Ah! Mh, oh ja! Mh, mh, nein! Also, man kann jedenfalls in den geringsten Fällen von mir sagen, ich habe was falsch gemacht, so. Klar, es gab so ein paar Sachen, die waren grenzwertig, aber so im Endeffekt war ich eigentlich nicht allzu kacke. Ich habe ein paar Tore gemacht und, ja... Ein paar Mittelfeldschüsse waren dabei. Gut, das erste Tor von mir, das war Glück, so. Das muss man nicht sagen. Aber das gerade eben, das war doch atemberaubt, oder nicht? Das 3 zu 4 von mir. Mh, es ist so... Oh Gott, Alter! Wie bitter das wäre. Aber wir werden das sowieso verlieren, weil so viel Zeit ist gar nicht mehr und, ja... Ja, schade. Naja, wenn du halt kackteammates hast, ist nichts zu machen. Naja, also, bei kackteammates muss man sich halt eben nicht wundern. Wir bekommen Eventwährungen, und zwar Schneeflocken. Ich glaube, die werden Thema des Parks sein. Und ein Lebkuchenmann. Ja, passt voll gut zu Weihnachten. Na, mal gucken, wer jetzt rumkommt. Weiß nicht, wer der Zweitbeste des ganzen Spiels, ne? Einzig dieser Hamster war vielleicht in Ordnung. Aber die haben alle das Spiel verlassen. Na, gucken, was jetzt passiert. Vielleicht werden wir mit irgendwelchen Leuten rerollt, und wenn diese Typen wieder reinkommen, die gerade eben verlassen haben, dann... Leck mich! Wie sieht's aus? Ja, gut, wir müssen sowieso erstmal hier... ...auf neue Leute warten. Der Echte ist im Raum! Der Echte! Habt ihr gehört? Der Echte! Ach du Scheiße! Alter, da würde ich ja gleich ein bisschen, äh... ...schüchtern hier. Wenn der Echte hier noch Action macht. Krasser Typ, der Echte. Ah! Ah! Nice, Handy! Auch wieder sehr gute Vorlage von mir. Ja, mh... Und so muss ich den Pümpel auch mal benutzen. Und nicht immer, wenn ich in Front auf dem bin. Und moin! Und der geht rein. Oh mein Gott! Wobei ich den ja berührt habe. Heilige Makrele! Also eigentlich wäre das ja mein Tor gewesen. Wir wollen aber mal nicht heulen. Lul! Nein! Oh Gott! Ich dachte, der macht den! Oh, fuck jetzt, ey! Boah! Was ist hier gerade los? Also hier, Pothead und die ganzen Leute, die werden... ...die werden richtig demaskiert hier. Und der hat das Spiel verlassen. Ha! Weil er sich denkt... Ach, Mando, ey! Heilige Makrele! Das ist nicht fair! Heul doch! Ich warte hier wieder auf jemanden mit einem Mario-Profilbild, der sich denkt so... Ja! Hallo! Hallo! Nein! Dass das hier nicht als Glanzparade gezählt wird, das ist echt ne Frechheit. Oh! Gut, es ist wenigstens ne Befreiungstat gewesen. Ne, ne? Ach, leck mich. Wie die sich jetzt immer so untereinander pushen, weißt du, so vorwiegend... Ach, wir haben ein Tor gemacht! Wir sind so gut! Mh! 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 Muss aber sagen, das zweite von uns, das war schon, das war Glück, ja. Aber... Aber wäre ich mit dem Stachel drangekommen, ey, dann... Mh! Hätte ich den so reingesneakt. Mh! Wie im Ernst! Mh! 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 Ich habe das Item falsch, ja, fog it... Ja, fog it. Ich hab das Item falsch gecheckt. Ich dachte, damit könnte ich wieder den Gegner wegtreten. Aber war das halt für mich selber, dass ich halt übertrieben stark bin. Ja. Ach, scheiß drauf. Aber die sind besser als ich zu Anfang... Oh Gott. Die sind... Besser als ich zu Anfang dachte. Kann es irgendwie sein, dass du bei Online-Runden mit Randoms nicht auf Blechfußball gehen kannst, sondern nur auf Rumble? LOL! Das ist immer so... Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ja! Wir holen euch ein! So nach dem Motto, Alter... Das ist... Ja. Mach das! Mach das! Probiert's! Ich weine! Okay, der war wack. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Weg mit dir, du Schwein. Ey, das ist doch so eine Scheiße. Oh mein Gott. Mann, Scheiße! Ich hätte ihn reinkriegen können. Die rennen den Scheiß gerade ein, ne? Oh! Die wollen rankommen, Alter. Die wollen unbedingt rankommen. Ey, das ist doch echt nicht dein Ernst. So, das ist... Das ist einfach so wack. Das ist so eine wacke Scheiße, ne? Das ist einfach... Naja, ne? Da wisst ihr, was ich meine? So, der stand nicht mal beim Ball und... Hat ihn trotzdem getroffen. So, das verstehe ich nicht. Komm, komm. Jetzt rieche ich den Ball. Tja, recht für euch. Komm, smack ihn rein! Sehr gut. Ich hab zwar nichts dazu beigetragen, wobei ich eigentlich denke, okay, dieser Hit von gerade eben hätte ich das eigentlich, ähm... beitragen können. Dieser Boxhandschuh-Move von mir. Dankt mir! Ihr verdammten Mäusen! Fuck. Okay. Big Pig, Alter! Kommt wieder! Kommt wieder rein! Weißt du, Big Pig ist halt so jemand, weißt du... Äh... Der Erste, der immer sagt, guter Schuss, guter Schuss! Ja, und dann, äh... Ja. Ja. Das Team verlassen, wenn's grad mal nicht passt. Spaß, die Kopf, Alter. Solche Menschen sind mir immer die Besten, äh. Ich hab das... Ich hab das im Püppel wieder falsch benutzt. Zum Heulen. Na gut, ähm... Brudingos, wir haben zwei... ...neiste Runden gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und... Bye! Ich würde drei Schiff nacken... Ja? Ja? Ja?